Liebe AWEA TV Zuschauer, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten, schöne Zeit mit der Familie, gute Erholung und dann bis zur Tournee. Macht es gut! Liebe Freunde von AWEA TV und alle Freunde des Skisprungsports, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt uns unserem Skisprungsport treu. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten und ein frohs neues Jahr. Merry Christmas! Ich wünsche euch allen einen Merry Christmas und einen Happy New Year und hoffe, dass ihr die 4Hills-Tournehmens betreut. Ich bin Robert Johansson, wir wünschen euch ein fantastisches Juli und ein gutes New Year. Schöne Grüße von dem Skispring im Engelberg. Ich wünsche allen Skisprung-Fans an dem Bildschirm frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Hallo liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes Fest, frohe Weihnachten und ich hoffe, wir sehen uns bei der Tournee wieder. Ich wünsche euch ein frohs neues Jahr und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, es drückt uns dann auch feste Daumen. Servus liebe Leute, frohe Weihnachten! Hallo, ich bin Anders, ich wünsche euch einen Merry Christmas und einen Happy New Year. Ich hoffe, dass ihr mich und den Rest der Leute in den 4Hills unterstützt und ich hoffe, dass wir euch da sehen. Ich stehe jetzt hier noch in Engelberg, aber nicht mehr lang, dann geht es Weihnachten nach Hause und so wie ich das frohe Fest genießen werde, wünsche ich euch das auch. Schöne Festtage, genießt's, haut den Braten rein und wir sehen uns dann spätestens zur Tournee. Vielen Dank, bis bald!